2022. Ein recht abenteuerliches Jahr mit positiven und negativen Ereignissen. Da das ja jetzt zu Ende ist, hatte ich vor, so einen Rückblick zu machen vom Jahr 2022 auf YouTube, was da passiert ist. Dann beginnen wir auch hier bloß zum Rückblick. 2022. Januar. Februar. März. April. Mai. Juni. Ist nichts passiert. Außer dieser kleine Stream da. Aber sonst ist nichts passiert. Gar nichts. Null. Aber doch dann passierte das Unglaubliche. Ich habe Shorts hochgeladen. Einfach so. Und diese habe ich nicht monatlich hochgeladen, sondern täglich sogar. Teilweise mehr als täglich. Am Anfang habe ich zweimal pro Tag Shorts hochgeladen, aber jetzt nur noch wöchentlich, wenn überhaupt. Und somit kommen wir auf eine Zahl von 36 Shorts und diese haben knapp 81.000 Aufrufe. Aber was ist noch das Jahr passiert? Wir haben gestreamt. wieder mal. Wir haben insgesamt 11 Mal gestreamt mit insgesamt 1200 Aufrufen. Das ist eine kranke Zahl. Das ist krass. Aber wir haben nicht nur Shorts hochgeladen und gestreamt, sondern wir haben auch noch Videos hochgeladen. Insgesamt 4 Videos haben wir hochgeladen mit insgesamt 150 Aufrufen. So, jetzt haben wir aber genug gequatscht. Ich zeige euch jetzt ein paar Aufrufen. 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 Stecken, Analyse halt, machen, weil am Sonntag ist der Grand Prix von Sao Paulo in Brasilien, heute sogar das Qualify. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann kommentiert Hashtag ChickenNuggets in die Kommentare, ich wünsche euch ein gutes Jahr, tschüss.